Grüß Gott und herzlich willkommen zur vierten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. Wir schließen diesmal unmittelbar an die letzte Lektion an und vertiefen unsere Überlegungen zu Teilbarkeitsfragen, was dann insbesondere bedeutet, uns mit Primzahlen und Primfaktoren auseinanderzusetzen. Eine in der Informatik vielfach genutzte, ebenfalls auf der schon in der letzten Lektion thematisierten Division mit Rest beruhende Thematik, stellt dann das Rechnen mit Resten bzw. die sogenannte modulare Arithmetik dar. Weil solche Zahlen theoretisch Themen bisweilen als etwas trocken gelten, beginne ich zur Motivation mit einem kleinen Ausflug in die Ethnomathematik und die Grafentheorie. In Südindien, insbesondere bei der tamilischen Bevölkerung, trifft man häufig vor Haustüren auf Muster, wie in den Fotos auf der Folie. Diese Muster heißen Kolam. Sie werden von Frauen mit teils eingefärbten Reismehl dort hingesträumt. Es ist eine vergängliche Kunst. Die Zeichnungen lösen sich im Laufe des Tages durch die Schritte von Besuchern des Hauses, spielende Kinder, drüberfahrende Ochsenkarren und tropische Regenschauer wieder auf. Kolam sind auch eine spirituelle Angelegenheit. Sie heißen Besucher willkommen und laden die Schlangengöttin Naga ein, ihre schützende, Fruchtbarkeit und Glück verheißende Kraft für die Hausbewohner zu entfalten. Außerdem sollen sie böse Geister abwehren. Kolam haben verschiedene MathematikerInnen ebenso wie InformatikerInnen fasziniert. Diese haben die Muster durch formale Sprachen, etwa Bildsprachen, Matrixsprachen und mit Mitteln der Grafentheorie beschrieben. Wir wollen hier ein vergleichsweise einfaches solches Kolam betrachten, welches einen sogenannten Euler-Grafen darstellt. Das ist eine Figur, die in einem Zug als geschlossene Kurve gezeichnet werden kann, wie Sie das vielleicht vom Haus vom Nikolaus kennen. Bei dieser Figur wird zunächst mit einem Punktmuster begonnen, das sternförmig von einem Zentrum ausgehend an acht Armen je fünf Punkte enthält. Die Figur selbst erhält man nun, indem man sich an die Abfolge eins, drei, fünf, zwei, vier hält. Schauen wir uns das einmal genauer an. Schauen wir uns einmal den Herstellungsalgorithmus dieser Figur an. Der besteht daran, dass man an den einzelnen Ästen verschiedene Punkte abläuft und zwar immer in der Reihenfolge eins, drei, fünf, zwei und vier. Das meint, hier ist die Null, da ist die Eins, hier ist die Zwei und so weiter. Dann wollen wir mal anfangen. Also wir fangen hier an. Ich bin jetzt immer ein bisschen zittrig, aber Sie werden dann sehen, wie das Prinzip ist. Also an dem Ast die Eins und jetzt muss ich hier rüber zur Drei. Jetzt muss ich weiter zur Fünf. Von der Fünf muss ich herunter hier auf die Zwei kommen. Also zwei. Jetzt geht es auf die Vier. Jetzt geht es wieder weiter. Eins, drei, fünf, zwei, vier. Einmal bin ich durch. Jetzt muss ich hier unten wieder hinkommen. Also wieder auf die Eins. Jetzt geht es wieder auf die Drei und jetzt wieder auf die Fünf und runter auf die Zwei. Und jetzt male ich das noch zu Ende, lasse das im Video dann aber so ein bisschen schneller ablaufen. So, wir kommen langsam in die letzte Runde. Eins, drei, fünf, zwei, vier und zurück auf die Eins. Und tatsächlich haben wir einen Euler-Graphen erstellt. Das heißt, ich bin einmal komplett herumgekommen und hätte, wenn ich das jetzt besser könnte, überhaupt nicht absetzen müssen und habe aber trotzdem jeden Punkt nur einmal getroffen. Vielleicht etwas Theorie. Warum ergibt sich überhaupt eine geschlossene Kurve? Dazu habe ich hier oben eine Tabelle angelegt. In der Tabelle haben wir acht Spalten. Ich beginne mal bei Null, warum wird sich nachher noch zeigen. Und fünf Zeilen. Die fünf Zeilen sind immer die fünf Punkte nach außen und diese acht Spalten sind die verschiedenen Arme der Zeichnung. Jetzt werden wir einfach mal eintragen, der Reihenfolge nach, die Punkte, die wir jeweils markiert haben. Also immer diese Folge eins, drei, fünf, zwei, vier. 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 Was Sie jetzt feststellen werden, ist, dass tatsächlich in jeder dieser Spalten, die die sieben Arme darstellen, die Zahlen eins, zwei, drei, vier, fünf vorkommen in verschiedenen Permutationen, wie Sie vielleicht schon einmal gelernt haben. Was wir uns jetzt noch anschauen werden, ich werde jetzt gleich mal hingehen und werde immer die Zellen, in denen die Eins steht, farbig hervorheben, denn das ist so ein Schlüssel, um zu erkennen, warum das eigentlich so funktionieren kann. Also werde ich die hier mal alle schattieren. Jetzt muss ich mal sehen, Tabelle, Entwurf, da wähle ich mir mal eine Schattierung aus. Sagen wir mal, ich färbe die jetzt alle mal in diesem Orange. Immer die Einser, farbig orange, orange und noch mal orange. Und jetzt sehen Sie, dass wir es tatsächlich geschafft haben. In jeder Spalte taucht nur einmal die Eins auf. Woran liegt das? Nun, genau an diesem Rechnen mit Resten. Wenn Sie nur bis sieben zählen könnten und bei Null anfangen, haben Sie die Zahlen Modulo acht. Die Eins ist die Zahl eins Modulo acht und die nächste Stelle, an der wir dann wieder eine Eins haben, ist die Stelle fünf. Das ist die fünf Modulo acht, also die fünfte Spalte. Jetzt kommen Sie auf die zehn. Die zehn, das ergibt dann als nächstes die zwei Modulo acht. Da sind Sie also in der dritten Spalte hier. Und dann die fünfzehn ergibt die sieben Modulo acht. Also, dass das funktioniert, liegt daran, dass wenn Sie die ersten Vielfachen der fünf nehmen, dann funktioniert das genau, dass die Modulo acht sämtliche der Restklassen durchlaufen. Es ist so übrigens dann jetzt völlig egal, wie hier die Reihenfolge eins, drei, fünf, zwei, vier stehen würde. Wir könnten auch eins, zwei, drei, vier, fünf dort eintragen. Dann würde ein anderer Stern entstehen, aber wir hätten noch dasselbe. Gut, versuchen wir es auch noch mal mit der Folge eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal schauen, wie das Muster dann ausschaut. Welche Rolle spielen nun die fünf und die acht? Beide Zahlen sind teilerfremd, haben keinen gemeinsamen Teiler. Am selben Punkt kann man also in der Tat erst nach fünf mal acht ist gleich 40 Schritten ankommen. Hätte unser Ausgangsstern nur fünf Arme mit je drei Punkten, müssten wir eine Folge von drei Zahlen wählen, hätte er hingegen zwölf Arme mit je sieben Punkten eine Folge von sieben Zahlen. In diesen einfachen Mustern finden wir also in der Tat zwei Inhalte, die uns im Folgenden beschäftigen werden. Gemeinsame Teiler und Rechner mit Resten. Doch zuvor wird es im ersten Teil um die Basics der Teilbarkeitslehre gehen, die multiplikativen Bausteine der natürlichen Zahlen oder einfacher gesagt um Primzahlen. Wir kommen zum ersten Teil. Was sind denn nun Primzahlen? Vielleicht würden Sie sagen solche, die man nur durch Eins und sich selbst teilen kann. Das haben Sie ja vielleicht schon in der Schule so gelernt. Aber wie schaut es dann mit der Eins selbst aus? Ist die jetzt Prim oder vielleicht doch nicht? Alternativ wäre so ein indirekter Zugang wie im Cartoon oben auf der Folie möglich. Bei echten Multiplikationsaufgaben, wo also kein Faktor so eine Pfade eins ist, können wir als Ergebnis auch keine Primzahl erhalten. Vorsilbe Prim bedeutet primitiv oder nicht zerlegbar. Und damit ist in der Tat gemeint, dass man zwölf zwar als Produkt zweier kleinerer natürlicher natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. Man definiert daher sinnvollerweise eine Primzahl als eine Zahl, die ungleich eins ist und nicht als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. Charakterisieren kann man Primzahlen andererseits auch dadurch, dass sie eben genau zwei Teile haben. Da ist dann klar, dass die Eins nicht mitspielen darf, denn die hat ja nur einen Teiler. Die ersten Primzahlen sind also 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Wobei, wenn ich und so weiter sage, es gibt kein einfaches Bildungsgesetz, mit dem man immer genau die nächste Primzahl finden kann. Die besondere Eigenschaft der Primzahlen, eben nicht als Produkt zweier kleinerer Zahlen darstellbar zu sein, kann man sich auch ganz gut mit so rechteckigen Punktmustern verdeutlichen. Alle zusammengesetzten Zahlen lassen sich auf unterschiedliche Art als Rechtecke darstellen. Eine Seitenlänge ist dabei ein Teiler und die andere Seite ist der entsprechende Komplementärteiler. Aber für Primzahlen findet man keine solche Möglichkeit, außer die Punkte alle in eine Reihe hintereinander zu setzen, also quasi als Breite für das Rechteck die Zahl 1 auszuwählen. Wie kann man nun alle Primzahlen, beziehungsweise sagen wir mal alle Primzahlen bis zu einer vorgegebenen Grenze finden, wenn es, wie ich vorhin behauptet habe, gar kein einfaches Bildungsgesetz dafür gibt? Sie haben vielleicht in der Schule schon einmal das berühmte Sieb des Eratosthenes gesehen. Wir schreiben alle Zahlen von 2 bis zum Beispiel 100 auf. Da jede zweite Zahl sicher wieder ein Vielfaches von 2 ist, streichen wir nach der 2 jede zweite Zahl durch. Die nächste nicht durchgestrichene Zahl ist dann wieder eine Primzahl und das ist in diesem Fall die 3. Jetzt machen wir mit der 3 weiter und streichen eben jede dritte Zahl durch. Die ist nämlich in jedem Fall durch 3 teilbar. Die nächste freie Zahl ist dann wieder die 5 und jetzt streichen wir jede fünfte Zahl durch. Und dann noch die 7 und dann haben wir es bis 100 sogar schon geschafft. Alle durch 11 teilbaren Zahlen sind bereits durchgestrichen worden, denn wenn man 100 durch 11 dividiert, kommt ja etwas heraus, was kleiner als 10 ist. Wäre also eine Zahl durch 11 teilbar, so müsste ja der Komplementärteiler kleiner als 10 sein. Aber unterhalb von 10 haben wir ja schon alle Primzahlen zum Durchstreichen benutzt. Man kann diese Aussage jetzt noch verallgemeinern. Wenn man bis zur Zahl n sämtliche Primzahlen finden möchte, so muss man immer höchstens bis zur Wurzel aus dieser Zahl Streichung vornehmen. Denn größer als die Wurzel kann ja der kleinere von beiden Teilern einer Zahl, es gibt ja immer Teiler und Komplementärteiler, nicht sein. Denn dann müsste ja der Komplementärteiler kleiner als die Wurzel sein. Das geht offensichtlich nicht. Es können nicht beide größer als die Wurzel sein. Man kann dann noch fragen, wie die Primzahlen sich so verteilen. Da sind hier so zwei Plots mal angegeben. Angenähert kann man sagen, bis zur Zahl x hat man ungefähr x durch natürlicher Logarithmus von x Primzahlen. Den beiden Kurven, insbesondere der ersten, kann man auch entnehmen, dass es zwischendurch immer mal Bereiche gibt, wo man eine Folge aufeinander folgender Zahlen hat, unter denen überhaupt keine Primzahl dabei ist. Diese Lücken können sogar ziemlich groß werden. Das werden wir in den Übungen noch sehen. Vielleicht entscheidender ist der folgende, schon im antiken Griechenland bekannte Satz. Es gibt nämlich unendlich viele Primzahlen. Wir zeigen das hier mit der ganz klassischen Beweisidee von Euklid. Hinter jeder Primzahl findet sich noch mindestens eine weitere, argumentiert Euklid, und deswegen finden sich dahinter sogar unendlich viele. Euklid denkt sich das ungefähr so. Wenn ich mal annehme, 2 und 3 wären die einzigen Primzahlen, dann nehme ich diese beiden Primzahlen miteinander mal, kommt 6 raus, und addiere dazu 1. Da kommt 7 heraus. Aber diese Zahl 7, die kann gar nicht durch 2 und 3 teilbar sein. Denken Sie mal an unseren Satz zur Teilbarkeit einer Summe aus der letzten Lektion. 2 und 3 teilen ja beide die Zahl 6. Wenn Sie jetzt auch die Summe 6 plus 1 teilen sollten, müssten Sie ja auch die Zahl 1 teilen. Das kann aber offensichtlich nicht stimmen. Man kann sich das übrigens auch am Sieb von Eratosthenes klar machen. Sie streichen ja jede zweite Zahl durch, und dann streichen Sie jede dritte Zahl durch. Aber die Zahl, die direkt neben der 6 ist, die kann gar nicht durchgestrichen worden sein, weil sie sind ja dann 2 weitergegangen, und dann sind sie 3 weitergegangen. Also 1 neben dieser Zahl, die in beiden Durchgängen gestrichen wurde, die ist sicher nicht gestrichen worden, ist eine Primzahl. Anderes Argument, wenn eine Zahl wie die 2 oder die 3 die 6 teilt, und diese Zahl, die 2 oder die 3, soll auch die 7 teilen, dann müsste die 2 oder die 3 ja auch die 1 teilen. Dasselbe Spiel können wir aber auch mit 2, 3 und 5 machen. Nehmen wir mal an, das sind unsere einzigen Primzahlen. Nehmen wir die alle miteinander mal, also 2 mal 3 ist 6, mal 5 ist 30, und dann geben wir noch 1 dazu. So kann die entstandene Zahl auch nicht durch 2, 3 oder 5 teilbar sein, weil dann müssten ja wieder 2, 3 und 5 auch die 1 teilen. Oder wieder in der Überlegung mit dem Durchstreichen im Sieb des Eratosthenes. Sie haben die Zahl 30 sowohl beim 2er-Durchgang als auch beim 3er-Durchgang als auch beim 5er-Durchgang durchgestrichen. Mit dem 2er-Durchstreichen sind sie dann 2 weitergegangen, mit dem 3er-Durchstreichen 3 weiter, mit dem 5er-Durchstreichen 5 weiter. Die Zahl direkt daneben haben sie auf jeden Fall nicht durchgestrichen. Da müsste eine Primzahl sein, oder die Zahl müsste vielleicht dann mit 7 oder in einem anderen Durchlauf durchgestrichen worden sein. Einen Haken hat die Sache nämlich noch. Wir wissen nur, dass die Zahl, die 1 größer als das Produkt dieser uns schon bekannten Primzahlen ist, durch keine von diesen uns schon bekannten Primzahlen teilbar sein kann. Also die 31 kann nicht durch die 2, 3 oder 5 teilbar sein. Was für die Zahlen zwischen 5 und 31 ist, darüber ist noch nichts weiter ausgesagt. Also nochmal, die Zahl, die wir so finden, muss nicht unbedingt eine Primzahl sein, und es muss erst recht nicht die nächstgrößere Primzahl sein. Das sieht man ja schon bei 2 mal 3 plus 1 haben sie 7, da wäre aber auch noch die 5 dazwischen. Und wenn man zum Beispiel hier nimmt 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 13 und gibt noch eins drauf, dann findet man die Zahl 30.031 und die Zahl 30.031 ist gar keine Primzahl, aber sie enthält 2 Primfaktoren 59 und 509 und das sind 2 Primzahlen, die in dieser Aufzählung bislang noch gar nicht vorgekommen sind. Wir haben also wieder eine neue Primzahl gefunden. Für unseren Beweis ist das eigentlich egal, ob diese 30.031 eine neue Primzahl ist oder nur neue Primfaktoren enthält. Bildet man das Produkt einer beliebigen Zahl von Primzahlen, also man sagt, ich kenne die ersten n Primzahlen, 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 13 mal 17 mal 19 und das geht immer so weiter. Alle, die sie kennen, die nehmen sie alle miteinander mal und sie geben 1 drauf. So muss die entstehende Zahl wenigstens einen noch nicht enthaltenen Primfaktor haben oder aber selbst Prim sein, weil es eben nicht sein kann, dass die Zahl 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 und so weiter bis zur letzten Primzahl, die sie kennen, die ist auf jeden Fall durch alle diese Primzahlen teilbar und wenn sie dann noch 1 drauf geben, dann kann das eben nicht durch diese Zahlen teilbar sein, weil da müsste die 1 auch durch diese Zahlen teilbar sein. Damit findet man also bei jeder beliebigen endlichen Menge von Primzahlen immer noch eine zusätzliche Primzahl und damit findet man letzten Endes unendlich viele Primzahlen. Man hat nun immer wieder nach Formeln gesucht, die mit Sicherheit oder zumindest relativ oft Primzahlen liefern. Sehr bekannt sind etwa die Mehrsenzahlen, das sind die Zahlen der Form 2 hoch n minus 1. Aber diese Formel liefert nicht immer Primzahlen. In den allermeisten Fällen liefert sie keine Primzahlen. Mehrsenzahlen in der Form 2 hoch n minus 1 sind nämlich immer dann zerlegbar, also zusammengesetzte Zahlen, wenn n in dem Exponenten keine Primzahl ist. Das ist übrigens ein einfacher Beweis, den wir für die Übung reservieren können. Und selbst dann, wenn n in der Formel eine Primzahl ist, liefert der Ausdruck auch nicht immer eine neue Primzahl. Also Mehrsenzahlen sind keine Primzahlformeln in dem Sinn, dass man da immer Primzahlen findet. Selbst wenn man in den Exponenten Primzahlen schreibt, muss nicht unbedingt eine neue Primzahl herauskommen. Bei den Fermat-Zahlen ist es sogar noch schlimmer. Da weiß man, dass diese für alle n kleiner als 5 eine Primzahl liefern. Das ist dann schon eine ziemlich große Zahl, weil sie da haben 2 hoch 2 hoch n. Das wächst sehr schnell. Und man weiß, dass für n von 5 bis 32 auf jeden Fall zusammengesetzte Zahlen herauskommen. Für die besonders großen da, 2 hoch 2 hoch 31 plus 1, da hat man aber zum Beispiel noch gar keine Primfaktorzerlegung. Man hat das auf anderem Wege gezeigt, dass diese Zahl nicht Prim sein kann. Ob es dann noch weitere Fermat-Zahlen gibt, die vielleicht doch Prim sind, oder ob alle für n größer als 5 keine Primzahlen sind, das ist derzeit ein noch offenes Problem. Außerdem kennt man bis heute keine Formel, die ausschließlich Primzahlen erzeugt. Erst recht kennt man keine Formel, die sämtliche Primzahlen erzeugt. Man weiß nur, dass es unmöglich ist, eine einfache Formel zu finden, die ausschließlich Primzahlen liefert. Also man weiß, dass das nicht mit einem Polynom zum Beispiel funktioniert. Man weiß allerdings nicht, ob es grundsätzlich unmöglich ist, überhaupt eine solche Primzahlformel zu finden. Also man weiß halt viel, was man nicht weiß. Primzahlen sind außerdem, wie schon am Anfang gesagt, die multiplikativen Bausteine der natürlichen Zahlen. Und zwar in dem Sinn, dass sich alle zusammengesetzten Zahlen durch Multiplikation mit lauter Primzahlen als Faktoren erzeugen lassen. So ein paar Beispiele sehen Sie da auf der Folie. 30 ist gleich 2 mal 3 mal 5. 54 ist 2 mal 3 mal 3 mal 3. Und die 360, wir können das ja so ein bisschen kompakter hinschreiben, das ist die 2 hoch 3 mal 3 hoch 2 mal 5. Zudem ist es noch so, dass diese Darstellung in Primfaktoren bis auf die Reihenfolge, wie Sie die Primfaktoren aufschreiben, eindeutig ist. Wenn Sie die also der Größe nach sortieren und meinetwegen auch noch in Exponenten zusammenfassen, dann kommen Sie bei einer Zahl immer nur auf eine mögliche Darstellung in Primfaktoren. Das ist ein sehr wichtiger Satz in der elementaren Arithmetik. Der Satz wird sogar manchmal Fundamentalsatz der elementaren Arithmetik genannt. Ich habe den in den Vorjahren eigentlich auch immer bewiesen. Das spare ich mir dieses Jahr aber, denn der Beweis ist, wie das leider bei vielen Existenz- und insbesondere Eindeutigkeitsbeweisen der Fall ist, so ein wenig unintuitiv. Gerade der Eindeutigkeitsteil, bei dem man erst einmal annehmen muss, man hätte zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen gefunden, und das dann zum Widerspruch führt, der stößt meistens auf eher wenig studentische Gegenliebe. Ich blättere deswegen jetzt einfach im Zeitraffer über die Beweispolien weg und dann gebe ich Ihnen ins Moodle beziehungsweise unterhalb des YouTube-Videos so einen Link auf das Video mit dem Beweis vom Vorjahr herein. Die verwendeten Hilfsätze, die schauen wir uns aber jetzt noch kurz an, weil die könnten unter Umständen noch woanders hilfreich sein. Der erste Hilfsatz ist so ein bisschen banal. Für jede natürliche Zahl ist der kleinste von 1 verschiedene Teiler eine Primzahl. Das ist sofort klar, denn wenn der kleinste Teiler eine zusammengesetzte Zahl war, dann hätten wir ja den noch wieder aufteilen können in zwei kleinere Zahlen und das heißt, es gäbe noch einen kleineren Teiler und wenn der wieder aufteilbar wäre, dann gäbe es ja wieder einen kleineren Teiler und das können wir immer so weitermachen und irgendwann muss dann irgendetwas dastehen, was nicht mehr als zusammengesetzte Zahl darstellbar ist und das ist dann automatisch eine Primzahl. Der zweite wichtige Hilfsatz ist hier das sogenannte euklidische Lemma. Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, also P teilt A mal B, dann teilt sie stets einen der beiden Faktoren, also A oder B, kann auch sein, dass sie beide teilt. Wir hatten schon gesehen, dass das für gewöhnliche, also zusammengesetzte Zahlen, gar nicht immer stimmen muss. 16 würde zum Beispiel das Produkt 8 mal 4 ist gleich 32 teilen, aber 16 teilt weder den Faktor 8 noch den Faktor 4. Für Primzahlen muss aber einer der beiden Faktoren wirklich durch die Primzahl teilbar sein. Dafür ist der Beweis in den Folien enthalten, so dass Sie ihn auf Wunsch gerne durchlesen können. Aus Zeitgründen spare ich mir aber in diesem Video den Beweis und schließe hier schon den ersten Teil ab. Wir können jetzt in der interaktiven Version des Videos wieder auswählen, wie es weitergehen soll. So, die Primfaktorzerlegung für die Zahl 9540. Da kann man schon mit bloßem Auge sehen, da steht hinten 40, das muss also durch 4 teilbar sein. 9540 geteilt durch 4 und das ergibt 2385. Die 4 schreiben wir 2 hoch 2 mal 2385. So, jetzt sehe ich zwar den 5 war mit bloßem Auge, aber 2 plus 3 ist 5, plus 5 ist 10, plus 8 ist 18, das geht also auch durch 9. Also kann ich schreiben 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 und jetzt muss ich die 2385 noch dividieren durch 9. Das ist 265, also mal 265. So, jetzt geht es wieder weiter. Die 265 habe ich, die kann ich definitiv durch 5 teilen. Machen wir das mal. Geteilt durch 5 kommt 53 raus. Das ist gleich 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 mal 53. So, jetzt können wir noch überlegen, geht bei der 53 was? Nein, bei der 53 geht nichts. Die 53 ist bereits eine Primzahl. Jetzt dasselbe für die 8758. So, die 58, das ist nicht durch 4 teilbar, aber durch 2 wird der ganze Kram gehen. Also 8758 geteilt durch 2. 4379. Also ist das hier 2 mal 4379. 4379 ist das durch 3 teilbar. 4 plus 3 ist 7, plus 7 ist 14, plus 9 ist 23. Haben wir leider in diesem Fall Pech gehabt. Durch 3 kriegen wir das nicht geteilt. Kriegen wir auch nicht durch 5 geteilt, aber schauen wir mal, geht es vielleicht durch 7. Durch 7 geht es auch nicht, müssen wir es wieder mal 7 nehmen. Geht es vielleicht geteilt durch 11. Geht auch nicht, also nehmen wir es wieder mal 11. Geht es vielleicht durch 17. Geht es auch nicht, also nehmen wir es wieder mal 17. Geht es vielleicht durch 19. Geht es auch nicht, also nehmen wir es wieder mal 19. Geht es vielleicht durch 23. Geht es auch nicht, Also wieder mal 23 und dann geht es aber vielleicht durch 29 und das geht es. Es ist also gleich 2 mal 29 und jetzt breche ich mal ab und verrate Ihnen, ich war sehr fies, die 151 ist tatsächlich auch eine Primzahl. Da merkt man schon, da hätte ich jetzt doch noch eine ganze Zeit probieren dürfen, bis ich da gelandet wäre. Also Primfaktorzerlegung ist wirklich unter Umständen bei großen Primfaktoren relativ aufwendiges Verfahren. So, bei dieser Aufgabe bin ich mal faul und löse das direkt auf. Wenn n keine Primzahl ist, dann kann man n darstellen als a mal b, wobei a und b natürliche Zahlen sind und a und b größer gleich 2 sein müssten. Und das heißt dann, jetzt kann ich einen Trick machen mit der geometrischen Reihe. Es ist ja 2 hoch a mal b minus 1 eigentlich dasselbe, wie wenn Sie schreiben 2 hoch a hoch b minus 1. Und wenn Sie das dividieren durch 2 hoch a minus 1, dann ist das genau die geometrische Reihe. 2 hoch 0 mal a plus 2 hoch 1 mal a plus 2 hoch 2 mal a plus und so weiter und so weiter plus 2 hoch b minus 1 mal a. Das heißt aber, wenn Sie 2 hoch a mal b minus 1 durch 2 hoch a minus 1 dividieren, kommt eine natürliche Zahl raus. Anders gesagt, 2 hoch a minus 1 ist ein Teiler von 2 hoch a mal b minus 1. Ja, wenn 2 hoch a mal b minus 1 ein Teiler hat, dann sind wir aber fertig, weil damit ist das ja eine zusammengesetzte Zahl. Die Mehrsenzahl 2 hoch a mal b minus 1 ist daher in jedem Fall eine zusammengesetzte Zahl und das war auch zu beweisen. Wir kommen zum zweiten Teil, in dem wir die Teilbarkeitslehre aus Lektion 3 noch etwas vertiefen werden, in dem wir nun auch solche Aussagen betrachten können, für die wir die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung voraussetzen müssen. Wir beginnen mit der Bestimmung der Anzahl der Teiler einer natürlichen Zahl. So etwas machen wir ja immer gerne über Bande mit Mengen. Wir bestimmen also die Menge aller Teiler der Zahl n und wollen dann wissen, wie viele Elemente diese Menge hat. Wir schauen uns das mal in einem einfachen Beispiel an, bei der Zahl 1960. Diese Zahl hat die Primfaktoren 2, nämlich 3 mal, also 2 hoch 3, 5 und 7, 2 mal, also 7 hoch 2. Jeder zusammengesetzte oder Primeteiler dieser Zahl 1960 entsteht nun dadurch, dass wir einen dieser Primfaktoren entweder berücksichtigen oder weglassen. Hier mal als Baumdiagramm. Wenn wir zum Beispiel gar keinen der Primfaktoren verwenden würden, sagen wir ja quasi immer, nimm 2 hoch 0, das ist 1, nimm das mal 3 hoch 0, das ist immer noch 1 und nimm das noch mal 5 hoch 0 und das ist immer noch 1. Da wären wir dann beim Teiler 1. Aber wir könnten auch jeden Primfaktor nur mit der Potenz 1 nehmen, dann wären wir bei 2 mal 5 mal 7, das gleich 70. Hier gilt also einfach unsere Produktregel aus der Kombinatorik. Wir können jeden Primteiler so oft verwenden, wie die Hochzahl angibt, also bei der 2 zum Beispiel 3 mal. Oder wir können die nicht verwenden, also 2 hoch 0 nehmen, also 4 Möglichkeiten bei der 2. Bei der 5, die können wir nehmen oder nicht, 2 Möglichkeiten. Und bei der 7 einmal nehmen, zweimal nehmen, keinmal nehmen, 3 Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind völlig frei miteinander kombinierbar. Wenn ich den Primfaktor 2 genommen habe, kann ich den 5er nehmen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Das ist also ein Fall für die Produktregel. Und das Ergebnis ist, die 4 Möglichkeiten mal die 2 Möglichkeiten mal die 3 Möglichkeiten ergibt 24 Möglichkeiten. Die Zahl hat also 24 verschiedene Teiler. In dieser Zählung sind die 1 und die Zahl selbst mitgezählt. Wenn Sie die nicht dabei haben wollen, das nennt man auch die echten Teiler, dann müssen wir eben bei jeder Zahl dann noch minus 2 rechnen, um die 1 und die Zahl selbst wegzunehmen. Aber ansonsten geht das so mit diesen Hochzahlen. Auch allgemein kann man das natürlich wieder anschreiben. Hat eine Zahl n die Primfaktoren p1 bis, sagen wir mal, pm. Und die haben die zugehörigen Exponenten e1 bis em. Dann hat die Zahl genau e1 plus 1 mal e2 plus 1 mal und so weiter und so weiter und so weiter. Mal e m plus 1 Teiler innerhalb der natürlichen Zahlen. Wenn Sie jetzt z überlegen, das kann man sich relativ schnell überlegen. Deswegen ist das auch wieder ein Übungsbeispiel. Wie viele ganzzahlige Teiler hat eigentlich so eine natürliche Zahl? Oder wie viele ganzzahlige Teiler hat dann eine ganze Zahl? Das ist nicht wirklich schwierig, das herauszubekommen. Beim Bruchrechnen in der Unterstufe ist Ihnen vermutlich auch schon einmal die Frage begegnet nach dem größten gemeinsamen Teiler oder die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Nämlich etwa bei dem Thema vollständig gekürzter Hauptnenner von zwei ungleichnamigen Brüchen. Man kann diese beiden Zahlen, GGT und KGV, prinzipiell mithilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen. Hierzu vielleicht wieder ein Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen, 180 und 105, ergibt sich ja, wenn man bei jedem der auftretenden gemeinsamen Primfaktoren immer die kleinste auftretende Potenz auswählt und dann diese Zahlen, also nur die gemeinsamen Primfaktoren und da immer nur die kleinste auftretende Potenz miteinander malnimmt. Man darf da nur den kleineren von den beiden Potenzen oder Exponenten nehmen, weil der ausgewählte Primfaktor, sagen wir hier mal die 3, ja zum Beispiel nur einmal in der 105 enthalten ist. Und wenn Sie jetzt 3 hoch 2 nehmen würden für den gemeinsamen Teiler, das würde sich nicht ausgehen, weil 3 hoch 2 ist gleich 9, ist ja kein Teiler von 105, weil Primfaktorzerlegung ist eindeutig, da passt nur einmal 3 rein. Umgekehrt muss man beim KGV, kleinste gemeinsame Vielfache, sämtliche Primzahlen hernehmen und immer mit dem größten auftretenden Exponenten, weil wenn wir hier zum Beispiel nur die 3 nehmen würden und nicht die 3 hoch 2, dann würde ja die entstehende Zahl bei KGV eine Zahl sein, die sicher nicht durch 180 teilbar ist, denn die 180 enthält ja selbst den Primfaktor 3 schon in der Potenz 2. Auch das halten wir jetzt als Satz wieder feierlich allgemein fest. Der GGT ergibt sich als das Produkt der gemeinsamen Primfaktoren jeweils in der kleineren von beiden auftretenden Potenzen in den Zahlen A und B. Analog würde man das KGV als Produkt sämtlicher Primfaktoren, also nicht nur der gemeinsamen, und zwar jeweils mit der größten auftretenden Potenz bestimmen können. Damit ist im Grunde genommen auch sofort klar, dass kleinstes gemeinsames Vielfaches mal größter gemeinsame Teiler immer dasselbe ergeben muss wie die Zahl A mal die Zahl B. Wir haben ja gewissermaßen nur die Primfaktoren etwas umsortiert, ja, nach der Größe, und um das einzusehen, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz an die virtuelle Tafel. Warum ergibt sich für den GGT, wir nehmen jetzt mal wieder unser Beispiel, 180 und 105 mal KGV, von 180 und 105, genau dasselbe wie wenn wir rechnen, 180 mal 105. Ja, das können wir dadurch zeigen, dass wir uns noch mal die Primfaktorzerlegung anschauen. Also unsere Zahl A ist 180, das war 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 und unsere andere Zahl B, die war die 105, das war die 3 mal die 5 mal die 7. Ja, okay, wenn wir uns mal angucken, was meint jetzt eigentlich A mal B? A mal B ist ja dann 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 mal nochmal die 3 mal die 5 mal die 7. Das kann ich jetzt noch sortieren, dann steht da 2 hoch 2 mal 3 hoch 3 mal 5 Quadrat mal 7. Und jetzt schauen wir, was beim GGT und KGV ist. Beim GGT haben wir immer die niedrigste Potenz, 2 hoch 2, hier steht eigentlich 2 hoch 0, also die niedrigste Potenz ist ein Nuller, das dürfen wir nicht berücksichtigen. 3 hoch 2 und 3, da haben wir jetzt die 3 und bei der 5 haben wir die 5 und bei der 7 haben wir wieder das hoch 0, also gar nichts, also ist das hier gleich 3 mal 5, also schreibe ich hier hin 3 mal 5. So, jetzt kommen die höchsten Potenzen beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Das ist die 2 hoch 2 mal die 3 hoch 2 mal die 5 mal die 7. Also schreibe ich hier hinten hin, 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 mal 7. So, das gleich brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme jetzt wieder alle die Zahlen hier miteinander mal, also schreibe ich hier noch ein Mal hin und dann sortiere ich das wieder. Dann steht da wieder 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 3 ist 3 hoch 3 mal 2 mal die 5 ist also mal 5 Quadrat mal 7. Das einzige was sich hier ändert ist, hier stehen die Zahlen oben, da stehen die in der Reihenfolge wie sie ursprünglich in den Zahlen waren und hier habe ich mir jetzt einfach bei der ersten Zahl immer jeweils die kleinere Potenz ausgesucht und bei der zweiten Potenz die größere. Und in den Fällen, wo zweimal dieselbe Potenz ist, dann taucht das hier auch zweimal auf, einmal beim GGT und einmal beim KGV. Das ist ja auch richtig, weil bei der Zahl taucht das ja dann auch hier einmal auf die 5 und hier hinten taucht die 5 nochmal auf. So, und das wäre jetzt bei jeder Zahl ganz genauso. Also stimmt das wirklich immer. GGT mal KGV ergibt die Zahlen miteinander mal genommen. Praktisch ist dieses Verfahren für größere Zahlen allerdings nicht so gut geeignet, weil der Prozess des Findens von Primfaktoren ja unter Umständen relativ langwierig sein kann. Vor allem dann, wenn eine der beiden Zahlen selbst Prim wäre oder nur aus relativ großen Primfaktoren besteht, dann müssten wir ja im schlimmsten Fall sogar alle Primzahlen bis zur Wurzel n von dieser Zahl einmal durchtesten. Das kann ganz schön lange dauern und wir haben auch viel mehr Informationen, die wir eigentlich haben wollen, weil wir suchen ja nur die gemeinsamen Teile. Hier hilft jetzt der sogenannte euklidische Algorithmus. Wir bestimmen dabei den GGT von zum Beispiel 1960 und 686 auf folgende Weise. 1960 ist zweimal 686 mit einem Rest von 588. Das ist also wieder die Division mit Rest, die hier zur Anwendung kommt. Jetzt geht aber anders weiter als bei den Stellenwertsystemen. Jetzt kommt unser Satz von der Teilbarkeit der Summe aus Lektion 3 zum Einsatz. Jeder Teiler, der 1960 teilt und einen der beiden Summanden teilt, der muss dann auch den anderen Summanden zwingend teilen, weil das hatten wir ja schon. Also wenn er jetzt die 686 nicht teilen würde, dann müsste er auch die 588 nicht teilen. Also den Fall gibt es schon auch. Aber wenn er die 1960 teilt und er teilt die 686, dann hat man ja gesagt, dann muss er, selbst wenn er keine Primzahl ist, auch die 588 teilen. Also schauen wir einfach mal, wie oft die 588 jetzt in die 686 reinpasst. Es geht sich genau einmal aus und es bleibt als Rest 98. Jetzt kommt wieder unser Teilbarkeitsargument. Jeder Teiler, der sowohl in die 686 geht und auch in die 588 geht, der muss auch in die 98 gehen. Und weil jeder Teiler von 1.960 und 686 auch in die 588 geht, muss jetzt zusammengenommen jeder gemeinsame Teiler von 1.960 und 686 auch in 588 drin sein und auch in 588 drin sein. Aha, wir haben das jetzt also kleiner gemacht. Und jetzt machen wir das Spiel einfach nochmal. Wir schauen jetzt, wie oft die 98 in diese 588 passt. Das geht sich ganz genau sechsmal aus und es bleibt ein Rest von 0. Ja, dann sind wir aber fertig, weil jetzt ist die 98 einfach der GGT von 1.960 und 686, weil 98 teilt die 588 und 98 teilt natürlich die 98 und dann teilt 98 natürlich auch die Summe, 98 und 588, also die 686. Umgekehrt teilt die 98 ja die 588 und die 686, also auch zweimal 686 plus 588 und das ergibt genau 1.960. Die 98 ist also ein gemeinsamer Teiler von 1.960 und 686. Das ist aber auch der größte gemeinsame Teiler, weil wenn es einen größeren gäbe, der müsste ja dann auch immer noch die 98 teilen aufgrund dieser letzten Zeile, die da steht, weil wenn Sie da mal nachdenken, wenn die 98 jetzt noch einen größeren Teiler hätte, das kann nicht sein, das geht nicht. Also haben wir den größten gemeinsamen Teiler. Wir machen das, weil es schnell ging, vielleicht nochmal mit einem großen Zahlenbeispiel. 64.589 und 3.178. 64.589 ist 20 mal 3.178 und es bleibt ein Rest von 1.029. Jeder gemeinsame Teiler von 64.589 und 3.178 muss auch die 1.029 teilen. Jetzt wechseln wir wieder zu 3.178 und 1.029. Machen das da genauso und stellen fest, es bleibt ein Rest von 1.029. Jetzt können wir wieder so argumentieren. Jeder gemeinsame Teiler von 3.178 und 1.029 muss also auch die 1.029 teilen. Irgendwann landen wir dann bei der Zeile 28 ist gleich 4 mal 7 plus 0. Wir wissen dann, 7 ist ein Teiler von 28. Aus der Zeile darüber erfahren wir, dass 7 dann auch die Summe eines beliebigen Vielfachen von 28 und 7 teilen muss. Zum Beispiel 3 mal 28 plus 7, das ist 91 und das Argument nehmen wir jetzt zahlenweise mit nach oben und sehen dann in der ersten Zeile, dass die 7 auch ein Teiler von 64.589 und 3.178 sein muss. Es muss aber auch der größte gemeinsame Teiler sein. Denn wenn man jetzt von oben nach unten liest, dann wissen wir ja, dass jeder gemeinsame Teiler von 64.589 und 3.178 auch die Zahl 7 teilen muss. Die 7 hat aber natürlich keinen größeren Teiler als die Zahl 7 selbst. Also ist 7 der größte gemeinsame Teiler. Man kann das Ganze auch mit Variablen aufschreiben. Das sieht man jetzt aber auch nicht viel mehr und man hat da lauter Pünktchen drin, weil man natürlich nicht weiß, wie oft das durchläuft. Und genau das ist vielleicht sogar ganz hilfreich, weil man wird sich eines Problems bewusst, dass ja insbesondere InformatikerInnen oft schlaflose Nächte bereitet, nämlich die Frage, bricht ein gegebener Algorithmus nach endlich vielen Schritten wirklich ab oder besteht die Gefahr, dass wir in einen Infinite Loop hereinlaufen. Hier ist das glücklicherweise aber wieder ganz ähnlich wie bei den Stellenwertsystemen und wie bei der Division mit Rest. Die auftretenden Reste in jeder Zeile werden echt kleiner. Und in der Lektion 2 haben wir bereits gelernt, dass eine Folge absteigender natürlicher Zahlen irgendwann abbrechen muss. Das ist hier spätestens bei 1 der Fall. Und wenn sie bei 1 ankommen, dann sind wir übrigens genau dort, wo die beiden Zahlen keinen gemeinsamen echten Teiler haben. Außer der 1 halt. Das war kein echter Teiler. Und man nennt diese Zahlen dann auch teilerfremd. Und jetzt, full circle, sind wir wieder am Anfang. Das ist genau der Fall, den wir brauchen, damit so ein Kolam in einer Linie durchzuzeichnen ist, brauchen wir ein GGT von 1 für die Anzahl der Arme, bezogen auf die Anzahl der Punkte auf einem Arm. Vom euclidischen Algorithmus gibt es auch noch eine erweiterte Variante. Die ist interessant im Zusammenhang mit dem folgenden Satz, dem sogenannten Lemma von Besou. Es lassen sich nämlich für zwei ganze Zahlen a und b, wir machen das jetzt erstmal nur für zwei natürliche Zahlen, ganzzahlige Faktoren, da brauchen wir das Minus unbedingt, r und s bestimmen, so dass man ein GGT von a und b schreiben kann als r mal a plus s mal b. Und r und s, da darf dann schon eine von negativ sein, sonst wird das nicht hinhauen. Wenn Sie jetzt schon lineare Algebra besucht haben, oder das im Moment besuchen, der GGT von a und b, wenn man den als s mal a plus t mal b schreiben kann, aha, man kann also den GGT als eine Linearkombination der Zahlen a und b darstellen. Das ist eine interessante, wichtige Information. Um diese Zahlen r und s zu finden, müssen wir unseren euclidischen Algorithmus nur ein ganz bisschen aufbohren. Wir müssen nämlich immer die Reste wieder zurück einsetzen. Wir machen das mal für etwas kleinere Zahlen, dann sieht man das vielleicht etwas besser, 99 und 78. Wir suchen jetzt also eine Zahl r mal 99 plus s mal 78, so dass der GGT von 99 und 78 herauskommt, den wir noch gar nicht kennen, aber vielleicht raten könnten, weil 9 plus 9 ist 18, 7 plus 8 ist 15, also die haben auf jeden Fall schon mal 3. Aber das muss ja nicht unbedingt der größte gemeinsame Teiler sein. Also schauen wir mal, 99 ist 1 mal 78 plus 21 und das lösen wir jetzt zum Rest in auf, also das ist Doppelfallchen dazwischen, 21 ist gleich, so jetzt lassen wir ein ganzes Stück Platz, Sie sehen gleich, wofür das gut ist, das ist 1 mal 99 minus 78 und ich habe einfach die 1 mal 78 auf die andere Seite der Gleichung rübergebracht. So, jetzt nächste Zeile, 78, jetzt müssen wir ja wieder gucken, wie oft passt der Rest da rein, das ist 3 mal 21 plus 15 und jetzt lösen wir das auch wieder nach dem Rest auf. Jetzt steht da 15 ist gleich 1 mal 78 minus 3 mal 21. Jetzt ist noch blöd, da steht jetzt 1 mal 78 minus 3 mal 21. Wir wollen aber irgendwas da stehen haben, der Form r mal 99 plus s mal 78. Also müssen wir jetzt die 21 da noch wegkriegen. Die 21 kriegen wir weg mit der Zeile da drüber. Da steht ja 21 ist gleich 1 mal 99 minus 78. Das setzen wir jetzt also einfach rein und dann steht da also minus 3 mal 99. Und jetzt minus mal minus 1 ist plus 3 mal 78, weil da steht ja minus 3 mal 21, also plus 3 mal 78 und 1 mal 78 hatten wir noch von dieser Zeile, also plus 4 mal 78. Also minus 3 mal 99 plus 4 mal 78 ist gleich 15. Haben wir schon, aber 15 ist vielleicht noch nicht der GGT. Kann da noch nicht sein, weil da steht ja noch nicht plus 0 bei dem 3 mal 21. Also müssen wir doch noch weiter rechnen. Also wieder weiter, 21 ist gleich 1 mal 15 plus 6. Okay, und jetzt schreiben wir wieder, Formen wieder um, lösen auf nach 6. 6 ist gleich 21 minus 1 mal 15. So, das ist jetzt ein bisschen lästig. Jetzt müssen wir quasi in der 21er Zeile gucken. Dann wieder stehen 1 mal 99 minus 78. Ja, das können wir für die 21 einsetzen. Und dann minus 1 mal 15, Zeile da drunter, also minus minus 3 ist plus 3. Haben wir also 4 mal 99 und dann minus 4 mal 78. Haben wir also minus 1 mal 78 minus noch 4 mal 78 minus 5 mal 78. So, und jetzt geht das so weiter. Nächste Zeile 15 ist gleich 2 mal 6 plus 3. 3 auflösen. Und jetzt haben wir Glück gehabt. Jetzt steht hier 3, nachdem wir das alles eingesetzt haben, wieder für 15 müssen wir wieder zweite Zeile einsetzen. Für 6 müssen wir wieder dritte Zeile einsetzen. Dann bleibt stehen, minus 11 mal 99 plus 14 mal 78. So, und da sind wir jetzt glücklicherweise fertig, weil wenn wir jetzt noch hinschreiben, wie oft passt die 3 in die 6 rein, dann steht da 6 ist gleich 2 mal 3 plus 0. 3 ist also der letzte von 0 verschiedene Rest. Und der letzte von 0 verschiedene Rest ist der GGT. Und in dieser vierten Zeile haben wir schon stehen, 3 ist gleich minus 11 mal 99 plus 14 mal 78. Damit ist also unser gesuchtes R gleich minus 11 und unser gesuchtes S ist gleich plus 14. Wenn das jetzt etwas rasch ging, dann sollten Sie sich unbedingt den Übungsteil anschauen, denn da rechne ich noch ein Beispiel von Hand vor. Dieser Erklärteil des Videos ist jetzt ansonsten auch schon wieder zu Ende. Bitte wählen Sie aus. Für diese Aufgabe müssen wir uns anschauen, für die Zahlen 140 bzw. die Zahl minus 140, wie viele Teile haben diese beiden Zahlen. So, jetzt haben Sie sich hoffentlich gemerkt, dass für die positiven Teiler ist das eigentlich egal, ob wir 140 oder minus 140 ansehen. Da ist ja nur der Unterschied, dass wenn wir 140 oder minus 140 durch eine positive Zahl teilen, kommt einmal was Positives, einmal was Negatives raus. Für die Teilbarkeit selbst spielt das aber keine Rolle. Das heißt, die positiven Teiler, die können wir auf jeden Fall auch berechnen mit der ganz normalen Teileranzahlformel. Und was wir dafür brauchen, ist von 140 die Primfaktorzerlegung. Jo, das ist nicht so schwer. Da muss ich, glaube ich, gar nicht in den Taschenrechner eintippen. 140 ist dasselbe wie 2 mal 70 bzw. ist dasselbe wie 4 mal 35. Also ist das dasselbe wie 2 hoch 2 mal 5 mal 7. So, jetzt müssen wir noch aufpassen. Das heißt, für die Teileranzahl von 140 gilt jetzt, die 140 hat 3 Möglichkeiten, einen 2er zu wählen, 2 Möglichkeiten, den 5er zu wählen, ja eben den 5er und nicht. Genauso hier bei 2, 2 hoch 2, einmal wählen, keinmal wählen, beide wählen. Und bei dem 7er haben wir wieder 2 Möglichkeiten. Haben wir also 3 mal 2 ist 6, mal 2 ist 12 Teiler. Das sind jetzt aber nur die natürlichen Teiler. Die teilen sich die 140 und die minus 140. Das macht gar keinen Unterschied. Die Teileranzahl für die minus 140, die wäre natürlich auch 12. So, jetzt müssen wir noch überlegen, was können wir mit den ganzen Teilern noch machen? Ja, wir können immer ein Minus davor schreiben. Minus 1, minus 140, minus 70, plus 70. Also sind das also, wenn Sie die Teiler in Z suchen, dann gilt für T140, dass das gleich 24 ist. Und genauso gilt für T minus 140, dass das 24 Teiler sind. Und damit ist das Beispiel bereits gelöst. Also gesucht, gesucht, sind Zahlen R und S so, dass R mal 180 plus S mal 105 dasselbe ergibt wie der GGT von 180 und 105. Also fangen wir wieder an, möglichst weit links. 180 ist dasselbe wie 1 mal 105 und es bleibt ein Rest von 75. Andererseits, das mache ich mir hier schon mal runter, habe ich die 75, das kann ich jetzt auflösen. Jetzt musste ich ja ein bisschen Platz lassen. Kann ich die 75 schreiben als 1 mal 180 minus 1 mal 105. So, immer wenn jetzt unten die 75 auftaucht, kann ich die dadurch ersetzen. Die zweite Zeile, 105, muss ich mir holen aus der ersten Zeile. Und da geht wieder 1 mal die 75 rein. Und schon mit bloßem Auge sieht man, da bleibt ein Rest von 30. Jetzt kann ich die 30 sehr leicht schreiben als 30 ist gleich 1 mal 105. Das ist ja eigentlich auch schon ganz nett. Und dann minus 1 mal 75. Aha, die minus 1 mal 75, die stören da noch. Die 75 muss ich jetzt durch das hier oben ersetzen. So, jetzt habe ich 1 mal 105 minus 1 mal 105. 1 minus minus 1 ist 2 mal die, das sollte ich hier hinten hinschreiben, Entschuldigung, 2 mal die 105. Und vorne habe ich jetzt nicht die 2, sondern da, muss ich jetzt gucken, minus 1 mal 1 mal 180 ist also minus 1 mal 180. 180, so, wird ein bisschen eng, plus 2 mal die 105. Ja, jetzt geht das wieder so weiter. Jetzt muss ich ja noch die 75 hernehmen und muss gucken, aha, da passt die 30 2 mal rein. 2 mal 30 ist 60. Und es bleibt ein Rest von 15. Jetzt wieder der 15er Rest. Der 15er Rest, das ist ja wohl die 75 minus 2 mal die 30. Das ist jetzt wirklich ein bisschen lästig. Jetzt muss ich in der 75er und in der 30er Zeile das nachgucken. Fangen wir mal an in der 75er Zeile mit den 180ern. Hier steht Faktor 1 davor, da muss ich also nicht weiter aufpassen. Da haben wir einmal 180 und in der zweiten Zeile steht minus 1 mal 180. Das müssen wir jetzt noch mal minus 2 nehmen. Also minus 1 mal minus 2 ist 2. Aber plus den einen kommen wir auf 3 mal die 180. Und jetzt dasselbe Spielchen, das Ersetzen für die 105er. Die 105er müssen wir feststellen. Die 105er haben wir in der 75 minus 1 mal. Also minus 1 merken wir uns. Und jetzt minus 2 mal plus 2 ist minus 4. Minus 4 minus 1 ist minus 5. Also steht hier minus 5 mal die 105. Aha, okay. Schaut ja schon ganz gut aus, weil in diesem Fall, wenn wir hier jetzt die 30 anschreiben. 30 ist ja nichts anderes als 2 mal 15. Da bleibt ein Rest von 0. Also ist 15 hier oben bereits der GGT und wir haben unsere Darstellung gefunden. 15 ist dasselbe wie 3 mal 180 minus 5 mal 105. ist jedenfalls die Behauptung, ja, jetzt können wir das ja vielleicht noch mal rechnen. 3 mal 180, das ist, lassen Sie mich mal ganz kurz überlegen. Also 3 mal 180, das ist 540. Und minus 5 mal 105, minus 5 mal 105, das ist minus 525. Und wenn ich die beiden addiere, dann kommt da tatsächlich 15 raus. Und das wollten wir ja auch so haben. Damit ist dieses Übungsbeispiel bereits gelöst. Wir kommen zum dritten Teil, in dem es um modulare Arthematik, also das Rechnen mit Resten geht. Im Grunde genommen geht es beim Rechnen mit Resten um etwas, das uns schon vertraut ist, nämlich vom Umgang mit Uhrzeiten. Rechnen in einem nach oben beschränkten Zahlbereich. Mal abgesehen davon, dass wir diese Uhrzeit hier vielleicht etwas unterschiedlich lesen. 5.45 Uhr, Viertel vor 6 oder aber 3, Viertel 6. Wir sind uns wohl alle einig, dass es 15 Minuten später eben nicht 5.60 Uhr spät sein wird, sondern 6 Uhr und 0 Minuten. Und wenn wir nicht 15, sondern 60 plus 15, also 75 Minuten aufschlagen, dann wird es eben auch nicht 5 Uhr und diese 75 Minuten sein, sondern es wird 7 Uhr und 0 Minuten sein. Oder dasselbe vielleicht noch bei Stunden. 3 Stunden später ist es 3 Viertel 9. Und weitere 12 Stunden später ist es wieder 3 Viertel 9. Wenn wir andererseits wissen wollen, wie viel später es beispielsweise 15 oder 30 Stunden später sein wird, dann können wir stets beliebige Vielfache von 12 abziehen, bis wir bei einer Zahl landen, die kleiner als 12 ist, und dann direkt diese Zahl, also bei 15 zum Beispiel 3, auf die aktuelle Uhrzeit drauf addieren und sind uns dann sicher, dass wir die richtige Uhrzeit gefunden haben. Wir können also in der Tat auf eine bestimmte Art mit den Resten rechnen. Die modulare Arithmetik verallgemeinert diese Idee auf beliebige natürliche Zahlen als Reste und ganze Zahlen als Ausgangsmaterial. Da wir bislang noch nicht gesagt haben, was beim Rechnen mit negativen Zahlen das Ergebnis der Division mit Rest überhaupt sein soll, holen wir das hier vorab noch kurz nach. Als Rest bei der Division einer ganzen Zahl A, die positiv oder negativ oder 0 sein kann, durch eine natürliche Zahl B, soll diejenige eindeutig bestimmte, nicht negative ganze Zahl eher verstanden werden, für die man eine Darstellung der Zahl A als ist gleich Q mal B plus R findet. Wir gehen wieder kurz an die virtuelle Tafel, um uns klar zu machen, welche Rolle hier das Vorzeichen von A spielt und dass dieses R auch tatsächlich eindeutig bestimmt ist. Also fangen wir mal an. 9 wollen wir rauskriegen, was ist das Modulo 5. Division mit Rest müssen wir machen, also 9 geteilt durch 5, das ist gleich 1 mal 5 plus ein Rest 4. Dieser Rest 4, den wir hier haben, für den gilt bereits 0 kleiner gleich 4 kleiner gleich 5. Ja, kleiner als 5 sollte das heißen. So, sonst ist schlecht, muss ja kleiner sein mit dem Rest. Der 5er Rest wäre ja wieder der Nuller Rest. So, also hier sind wir jetzt schon fertig. Daraus können wir schon direkt folgern, dass 9 Modulo 5 wirklich gleich 4 ist. Aber wie sieht das bei Minus 9 aus? Man könnte jetzt versucht sein zu sagen, ah, jetzt schreibe ich einfach Minus davor, also ist Minus 4, stimmt das? Oder müssen wir da vielleicht aufpassen? Minus 4 wäre ja blöd, weil Minus 4 ist ja irgendwie noch der Rest größer als 5. Können wir 5 drauf addieren, kommen wir auf 1. Aha, ist das dann 1? Schauen wir mal. Minus 9 Modulo 5. Da müssen wir jetzt rechnen, 9 geteilt durch 5. Aber Minus 9 geteilt durch 5. Gut, da kommt raus Minus 1 mal 5. Ist ja auch nicht schlimm. Und Minus 1 mal 5, da müssen wir noch Minus 4 rechnen. So, das geht jetzt noch nicht. Minus 4 können wir nicht nehmen, weil Minus 4 ist ja noch nicht zwischen 0 und 5. Also gehen wir weiter und sagen, okay, ich ziehe nochmal ab. Minus 2 mal 5 ist Minus 10 plus 1. Okay, Plus 1. Und 0 ist jetzt wieder kleiner gleich 1, kleiner als 5. Das ist also tatsächlich der Rest. Das heißt, daraus folgt 9 minus 9 Modulo 5 ist gleich 1. So, im Prinzip können wir auch Minus 4 schreiben, aber da müssen wir halt wieder den 5er noch drauf addieren, damit wir in dem richtigen Bereich liegen. Genau diesen kleinstmöglichen positiven Rest bei der Division durch eine Zahl benötigen wir nun für die modulare Arithmetik. Wir definieren A Modulo N als den kleinsten, nicht negativen Rest von A bei Division durch N. 9 Modulo 5 ergibt also wie gesehen 4 und Minus 9 Modulo 5 gemäß unseren Überlegungen von Gerade 1. Auf der Folie steht jetzt noch eine alternative Schreib- beziehungsweise Sprechweise, nämlich 9 ist Konguent 4 Modulo 5. Aber die behandeln wir erst in Lektion 5, weil wir dafür Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen benötigen, um zu verstehen, was eigentlich dieses Konguent bedeuten soll. Hier noch einmal kurz die Visualisierung von Modulorechnung an so einer Uhr. Diese hier ist jetzt für Modulo 8. 8, 16 und 24 beziehungsweise auch Minus 8, Minus 16, Minus 24 und so weiter lassen alle bei Division mit Rest durch 8 den Rest 0. Wir landen also wieder auf dem Nuller. 10, 18, 26 beziehungsweise Minus 6, Minus 14, Minus 20 und so weiter lassen bei Division durch 8 alle den Rest 2 landen also hier auf dem Zweier. Jetzt wollen wir mal etwas rechnen. Rechnen wir mal 6 plus 6. Das wäre nun eigentlich 12. Aber eine 12 gibt es ja in dem inneren Ring dieser Uhr nicht. Das Ergebnis wird also dort stehen, wo sich der Rest von 12 bei Division durch 8 ergibt. Das ist bei 12 minus 8 ist gleich 4 und da sehen wir auch, dass dort die 12 außen dabei steht. Analog ergibt sich für 6 mal 5 eigentlich 30. Davon ziehen wir jetzt 8 so oft ab, bis wir kleiner als 8 sind. Das ist bei 4 mal 8 gleich 24 der Fall. Es bleibt also der Rest 6, den wir auch so interpretieren können. Wenn wir von 0 ausgehend 30 Schritte entlang dieser Uhr gehen würden, so würden wir am Ende bei der Zahl 6 herauskommen. Lassen Sie uns diese Rechenregeln nun als Definitionen festhalten. Wir definieren jetzt zunächst einmal für zwei Zahlen a und b, welche aus den Resten entstammen, also zwischen 0 und n minus 1 liegen, die sich bei Division durch Rest mit n ergeben können, eine eigene Addition. Diese Addition nennen wir Addition modulo n und schreiben die mit so einem n als Index beim Pluszeichen beziehungsweise auch mit einem 3er, wenn es die Addition modulo 3 ist, mit einem 8er, wenn es die modulo 8 ist. So, jetzt wollen wir eine Addition bestimmen und die Addition bestimmen wir einfach so, dass wir sagen, die Addition von a modulo n mit b ist der eindeutig bestemmte Rest, der sich ergibt, wenn man a und b ganz normal addiert und dann die Division mit Rest auf diese Summe ausführt. Ebenso verfahren wir für die Multiplikation. Der Rest, den das normale Produkt der beiden Zahlen a mal b bei Division durch n ergibt, soll eben das Ergebnis bei der Multiplikation modulo n heißen. Beide Definitionen sind, so wie sie da stehen, sinnvoll. Man sagt auch wohl definiert, weil eben die Reste bei Division durch n eindeutig bestimmt sind. Vielleicht noch zwei Zahlenbeispiele. Wenn Sie 4 modulo 8 mit 6 addieren, ergibt das zunächst einmal Summe bilden. 4 plus 6, das ist 10. Und 10 modulo 8 ergibt, so oft wie es geht, 8 abziehen, ist 2. Genauso, 4 modulo 8 mal 3 ergibt 4 mal 3 modulo 8. Das ist dasselbe wie vorne zusammenfassen. 4 mal 3 normale Multiplikation ergibt 12. 12 modulo 8 ist, so oft wie es geht, 8 von 12 abziehen. Und da kommt 4 heraus. Da wir nur eine endliche Anzahl von Resten für die Zahl n, eben genau n Stück, von 0 bis n minus 1 haben, können wir hier das komplette 1 plus 1 beziehungsweise das komplette 1 mal 1 modulo einer bestimmten Zahl auch in so eine Tabelle schreiben. Hier ist das mal gemacht für die Addition und Multiplikation modulo 6. Aus der Tabelle können wir jetzt einige Rechengesetze vielleicht erahnen. Beide Tabellen sind etwa symmetrisch zu dieser ersten Hauptdiagonalen. 1 plus 2 liefert genau dasselbe Ergebnis wie 2 plus 1. Und bei allen anderen Additionen ist das auch so. Also ist die Operation Addition kommutativ. In der Tat hat die Addition modulo n im Grunde genommen genau dieselben Eigenschaften, die wir vom Addieren in den ganzen Zahlen gewohnt sind. Sie ist kommutativ, das heißt wir dürfen a und b vertauschen. Sie ist assoziativ, das heißt, wenn wir drei Zahlen addieren, dürfen wir Klammern weglassen. Und es gibt eine Null, also ein neutrales Element, welches zu a addiert, wie der a ergibt. Und das ist sogar die ganz normale Null aus den ganzen Zahlen. Und dann gibt es noch das, was es bei natürlichen Zahlen nicht gibt, aber bei ganzen Zahlen uns eh gewohnt ist. Für alle a existiert ein inverses Element, also sozusagen ein Minus a, welches man zu a addieren kann, so dass sich Null ergibt. Und bei der Null ist das halt eben keine negative Zahl, sondern wieder die Null selbst. Wir hatten schon gesehen, dass man etwa die Kommutativität direkt aus der Additionstabelle als Symmetrie ablesen kann. Auch die anderen Eigenschaften lassen sich recht einfach auf die Definition über die Addition in n zurückführen. Auch die Multiplikation Modulo n erbt im Wesentlichen die ganzen Eigenschaften der Multiplikation der ganzen beziehungsweise natürlichen Zahlen. Sie ist auch wieder kommutativ, sie ist assoziativ. Und es gibt ein neutrales Element, also eine 1, die man mit der Zahl multiplizieren kann, so dass die Zahl wieder selbst herauskommt. Und das ist auch in der Tat wieder die ganz gewöhnliche 1 aus den natürlichen Zahlen. Und die Multiplikation ist distributiv bezüglich der Addition Modulo n. Die Beweise können wir uns jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, mal sparen. Einen Unterschied sollten wir uns aber noch ansehen, den es bezüglich der Multiplikation in den natürlichen Zahlen beziehungsweise in den ganzen Zahlen gibt. Wenn wir die Multiplikation Modulo einer Primzahl p uns ansehen, dann existiert sogar immer ein Multiplikativ-Inverses, also eine Zahl a Strich oder 1 durch a, mit der wir a mal nehmen können, so dass 1 herauskommt. Solche Kehrwerte existieren in den natürlichen und ganzen Zahlen bezüglich der normalen Multiplikation ja nicht. Man würde da ja dann genau die Stammbrüche 1 durch a benötigen und die wären ja schon in den rationalen Zahlen. Wir wollen einmal anhand der Multiplikationstabelle für 3 und 4, also einmal Prim, einmal Nicht, verifizieren, dass diese Aussage, die da steht, auch wirklich zutrifft. Also schauen wir mal nach Multiplikativ-Inversen bei Multiplikation, einmal Modulo 3 und dann nochmal Modulo 4. So, jetzt mal das hier mit Geodreik nehmen, dass das auch schön wird. Schup, so viel hätten wir gar nicht gebraucht. Jetzt kann ich das richtig groß schreiben. Das ist ja auch nicht schlimm. Also mal 3 und bei 3 haben wir ja überhaupt nur 0, 1 und 2. Und hier auch wieder 0, 1 und 2. So, also was kommt denn da raus? 0 mal 0 ist offensichtlich 0 und alles, was ich mit 0 mal nehme, ist sowieso 0. 0 mal 1 ist also auch hier wieder 0, 0 mal 2 ist auch hier wieder 0 und jetzt 1 mal 1 ist 1 und 1 mal 2 ist 2 und 2 mal 1 ist 2 und 2 mal 2 ergibt jetzt aber wieder die 1. So, und wenn wir jetzt mal nachschauen, bei der Nullzeile gibt es natürlich keinen Kehrwert, aber bei der 1er Zeile müssen wir die 1 nehmen. Da ist der Kehrwert. 1 mit 1 mal genommen ist wieder 1 und 2 mit 2 mal genommen ist auch wieder 1. Das haut also hin. So, jetzt machen wir dasselbe Spielchen mal für die 4 und werden feststellen, dass wir nicht für alle von 0 verschiedenen Reste dann auch eine Inverse finden können, so dass da 1 rauskommt. Also machen wir das mal. Ich sollte nicht so lange reden, sondern einfach tun. Sie wollen ja mit dem Video auch mal irgendwann fertig werden. Also bei der 4 haben wir die Reste 0, 1, 2 und 3 und hier wieder genauso 0, 1, 2 und 3. Bin ich aber doch mal so schlampig und mal die Trennlinien hier von Hand rein. So ein bisschen zittrig ist, das soll sie ja hoffentlich nicht stören. Da sieht man sofort, dass das nicht so schön wird. Die Nullerzeile ist wieder relativ uninteressant und die Nullerspalte, da haben wir überall 0 stehen. 1 mal 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2, 1 mal 3 ist 3. Ja, okay. Das ist ja alles noch schön. Da haben wir also unser Inverses. Das Inverse für die 1 ist wieder die 1. So, jetzt gehen wir mal weiter. 1 mal 2 ist 2. 2 mal 2 wäre ja jetzt eigentlich auch wieder 2. 2 mal 2 ist 2, wäre 4. 4 geht aber nicht. Das ist ja dann wieder der Nuller. So, 2 mal 3 ist 6. 6 weniger 4 ist 2. Und da sehen wir, wo unser Problem entsteht. Die 2 können wir hier direkt auch wieder hinschreiben. Weil hier ist ja dann auch 2 mal 3 ist 6. Lässt also auch wieder den Rest 2. Und dann mache ich die anderen Zeilen vielleicht noch fertig. 1 mal 3 ist 3. Und 3 mal 3 ist 9. Minus 4 ist 5. Minus 4 ist 1. Also in dieser Zeile haben wir ein Inverses. Für 3 ist das Inverse wieder 3. Aber in der ganzen 2er Zeile, beziehungsweise in der 2er Spalte, taucht kein einziger 1er rauf. Die haben also kein Multiplikativ-Inverses, wohingegen das bei der 3 der Fall ist. Den formalen Beweis für diese Aussage, dass solche Multiplikativen Inversen tatsächlich genau dann existieren, wenn p eine Primzahl ist, den überlassen wir mal der Vorlesung Elementare Zahlentheorie. Einen ganz entscheidenden Schritt müssen wir noch tun. Bislang haben wir ja nur gezeigt, dass man mit den Resten selbst rechnen kann. Uns bei der Addition Modulo n, also immer auf Zahlen eingeschränkt, die zwischen 0 und n-1 liegen. Nur die Summen könnten dann drüber liegen und die haben wir dann reduziert. Die Frage ist jetzt, ob man auch sinnvoll etwas dazu sagen kann. Neu, die Frage ist jetzt, ob man auch sinnvoll etwas dazu sagen kann, welche Zahl sich zum Beispiel Modulo 8 ergibt, wenn man 9 und 12 addiert. 9 und 12 sind ja keine Reste bezüglich 8, die sind ja größer als 8 schon ursprünglich. Das führt dann auf den wichtigen Satz von der Homomorphie der Addition, beziehungsweise Homomorphie der Multiplikation. Ich lese jetzt mal nicht diese Zeichenketten vor, sondern die Übersetzung in natürliche Sprache. Man kann zwei Zahlen a und b zuerst addieren und dann den Rest bilden oder zunächst die Reste von a und b bilden und diese dann Modulo n addieren. Bei beiden Verfahren kommt das gleiche Ergebnis heraus. Und zweitens, man kann auch solche zwei Zahlen zuerst multiplizieren und dann von dem Produkt den Rest bilden oder zunächst die Reste von den beiden einzelnen Zahlen bilden und die dann miteinander multiplizieren, Modulo n. Beide Verfahren liefern das gleiche Ergebnis. Das ist besonders interessant, weil bei der Multiplikation recht große Zahlen entstehen. Wenn wir zuerst die Reste bilden, lässt sich viel schneller multiplizieren, weil die Zahlen ja kleiner sind dann. Man kann das auch noch viel kürzer sagen, dann sagt man, der Rest der Summe ist gleich der Summe der Reste für den ersten Teil oder der Rest des Produktes ist gleich dem Produkt der Reste. Schauen wir uns mal kurz an, wie das gemeint ist. Wir nehmen mal wieder etwas, was relativ leicht ist, Restklassen Modulo 3 und wir haben die 16 und die, sagen wir mal, 9. 16 plus 9 ergibt 25, würde ich behaupten. Und wenn man von 25 bestimmen will, was das Modulo 3 ist, dann haben sie ja wohl die 24, die durch 3 teilbar ist. Also ist das 1. Die Behauptung ist jetzt, das hätten wir gar nicht so rechnen müssen, sondern wir hätten auch schauen können, was ergibt 16 Modulo 3 und dann dazu addieren können, was ergibt 9 Modulo 3. Ja, 9 Modulo 3 ist besonders leicht, das ist nämlich 0, ist ja durch 3 teilbar. 16, da wäre es die 15, das ist also 1 und 1 plus 0 ist auch die 1. Das haut schon mal hin. So, jetzt wollen wir noch das mit der Multiplikation machen. 16 mal 9, da mache ich einen Trick. 16 mal 10 ist 160 und davon ziehe ich die 16 noch einmal wieder ab. Dann geht das für mich leichter. Das ist also 150 minus 6 ist die 144. Und jetzt brauche ich das, was ist die 144 Modulo die 3. Da könnte ich zum Beispiel mal die 120 abziehen. Die ist sicher durch 3 teilbar. Dann bleiben 24 übrig. Die 24 sind auch durch 3 teilbar. Da sieht man ja auch, dass das durch 3 teilbar ist. Quersumme 1 plus 4 ist 5 plus 4 ist 9. Also kommt da 0 raus. So, und jetzt war die Behauptung, das kriegen wir auch durch die Multiplikation hin. Sehen wir eigentlich schon oben. 16 mod 3 mal 9 mod 3. Ja, das ist ja 1, ist das erste, hatten wir gesagt, mal 0 und da kommt auch 0 raus. Das funktioniert also auch. Und das funktioniert tatsächlich immer, auch wenn wir Zahlen haben, die größer sind als der Modulo, bei dem wir gucken. Dann ist das trotzdem so, dass wir sagen können, es ist egal, ob wir zuerst die Zahlen addieren oder multiplizieren und dann gucken, was ist der Rest oder ob wir die einzelnen Faktoren oder Summanden hernehmen und da gucken, was ist da der Rest und dann diese Reste addieren wie hier oben oder multiplizieren wie hier unten. Damit sind wir am Ende dieses Teils angelangt. Eine wichtige Anwendung, nämlich Prüfziffern, habe ich in den Übungsteil gegeben. Aber ich überlasse wieder Ihnen die Entscheidung, wie es weitergehen soll. Gut, die Aufgabe zur Multiplikationstafel. Jetzt ein bisschen Rechnerei einfach. Erstmal easy peasy, nuller Zeile, nuller Spalte. Ebenso easy peasy, einser Spalte, einser Zeile. Jetzt geht es weiter. 2 mal 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 3 ist 6, minus 5 ist 1, 2 mal 4 ist 8, minus 5 ist 3. So, das kann ich auch hier wieder übertragen. 3 mal 3 ist 9, minus 5 ergibt den 4er und 3 mal 4 ergibt den 12er, macht also 2. Und 4 mal 4 ist 16, minus 15 ist ein Einser. Und jetzt Obacht, hier ist ein Einser, da ist ein Einser, da ist ein Einser, da ist ein Einser. Wir haben also wieder in jeder von 0 verschiedenen Zeile und Spalte einen Einser herinnen stehen. Und damit haben wir auch wieder gezeigt, dass es immer einen sogenannten Kehrwert gibt, beziehungsweise ein Multiplikativ Inverses. Für die 3 ist das die 2, für die 1 ist es die 1 und für die 4 ist es die 4. Das folgende Beispiel ist wieder im Wesentlichen Rechnerei. Wir sollen die Prüfziffer berechnen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass ich mich nicht vertippe. Wir haben da einmal 10 mal die erste Ziffer ist eine 3 plus 9 mal die zweite Ziffer ist eine 4 plus 8 mal. Die 3 ist auch eine 4 plus 7 mal die 6 plus 6 mal die 1 plus 9 mal 5 plus 4 mal 8 plus 3 mal 7 Das können wir erstmal ausrechnen. Das ist 250. So, jetzt brauchen wir so eine Prüfziffer so. Also heißt das, dass wir bei der 250, wenn wir das dazu addieren, dass wir dann auf den nächsten 11er kommen. Jetzt müssen wir die einfach mal geteilt durch 11 rechnen. Die 250 geteilt durch 11. Nein, durch 1 wird nicht viel bringen, also müssen wir schon durch 11 teilen. So, das ist also 22 mal 11 und dann fehlt noch was. 22 mal 11 sind 242. So, und jetzt müssen wir eigentlich nochmal einmal 11 drauf addieren. Dann sind wir bei der 253. Tatsächlich hatten wir nur 250. Wir müssten aber 253 haben, um auf den nächsten 11er zu kommen. Also ist das P, was da noch dazu addiert wird, 250 hatten wir, plus eine 3 als Prüfziffer. Das würde dann tatsächlich uns an den Punkt führen, wo wir sagen könnten, wenn wir das hernehmen, die 253, die wäre Modulo 11. Da sollte ich jetzt kein Gleich dazwischen schreiben. Denken Sie sich das hier wieder weg, ist das dann gleich 0 und deswegen ist 3 die gesuchte Prüfziffer. Ja, das wäre das. Und damit sind wir am Ende der Lektion angelangt. Bevor ich Sie endgültig verabschiede, folgt hier wieder das kurze Abschlussquiz. Starten Sie wie gewohnt mit dem Button Zusammenfassung, der gleich irgendwo aufbaut. Ein Wort vielleicht noch zu den Bonuslektionen, da bin ich ein wenig säumig. Ich werde wohl leider erst im Juli dazu kommen, diese für die dritte und vierte Lektion aufzunehmen. In der Tat ist das Rechnen mit Resten in so ziemlich allen Programmiersprachen explizit als Funktion verfügbar, was vielleicht abschließend noch einmal seine Bedeutung in der Informatik verdeutlicht. Wir müssen Sie halt etwas Geduld haben. Ich sage an dieser Stelle erst einmal auf Wiedersehen bis zur nächsten Sitzung der LV Online oder eben bis zur fünften und letzten Lektion hier auf YouTube, in der es um Relationen und Funktionen gehen wird. Ich sage an dieser Stelle erst einmal auf Wiedersehen bis zur nächsten Sitzung.